Ich geh auf'n Marktplatz, sag leck mich. Tetzel schreit rum. Keine Angst, ich rett' dich. Ich so, Alter, ich hab' Riesenangst vorm Höllenfeuer. Ich hab' da was für dich. Komm mal mit. Oh, zieh's dir rein. Fegefeuer? Muss ja nicht zu lang sein. Du armes Schwein. Nimm den Ablassschein mit Heil. Gott wird dir gnädig sein. Riff die Gulden einfach ein. Da komm! Luther! Lügen bis zum Himmel. Geldgier! Weck's bei euch wie Schimmel. Der Papsthof! Protzig ist wie im Himmel. Dabei hat der Papst so den Friesenklein. Doch! Seid klug und chill. Und legt für die Kohle mal Steak auf'm Grill. Euer Kirchen erteilt nix für die Leid. Liefer und Hoffnung. Keine Kreuze, Seelen, Schrei. Christus liebt dich, liebt dich. Spricht für den Tod nicht. Gibt mich persönlich. Ablass des Gerichts. Yo! Theologie ist mein Ding, darin bin ich Doktor. Geprägt von Staub, Hitz im Kloster, der Rockter. Karlstadt, Calvin, Zwingli, Melanchthon und Wennschon. Die Attention hatte ich. Völlig fertig steige ich ins Toasterleben ein. Dub mich weg und jobb gebetet täglich. Wie werd ich gerecht von nem Gott, der perfekt ist? Lieblos gelassen wird es dunkel um mich. Doch Gott befreit, lässt dich locker, ich begreif. Römer 1,17, schwarz auf weiß. Gott schenkt dir Glaube, Gott schenkt dir Gnade. Scheiß auf Ablass, du hast Jesus, Mann. 95 Thesen, vieles kurz erklärt. Krasses Pferdbuch, Druck ruckzuck vermehrt. Das ganze Reich gleicht bald nem Krisenherd. Legendäre Hammerschläge drin aus Wittenberg. Er hat die Bibel übersetzt, sich Papst und Kaiser widersetzt. Dafür wird er vom Volk geschätzt, mit Gottes Wort in seinem Herz. Luther, man machte dir echt Druck. Mann, doch hättest du geschwiegen, dann sähe die Welt heut anders aus. Luther, wären die 95 Thesen damals nicht gewesen. Wer wird noch Bibel lesen ohne Luther? Stopp, schluss mit lustig, Kritik verdumpte. So als so würd ich rum, zieh den Schluss nicht. Yeah! Komm her Digga, deine Thesen sind hier Wunder. Wir sind Gottes Wille, sein Verlängerter A. Enthalte Stelle für heretiker Kram. Heilig ist nur das, was uns auch passt. Alle Welt weiß keiner, weil die kann uns was. Außer ich, der M, der A, T, der N. Der Wittenberg-Boss lass Bullen verbrennen. Hau die Schriften raus, bring euch Nullen zum Flat. Ich befreie sie, Gefangene der Priesterdie. Sagen Bibel auslegen, können nur Genies. Monopol-Exe geben, geb ich ein Abschiedsbrief. Baby, Laien lesen Bibel, komm wir feiern sie. Bist du dabei? Wenn wir noch mal zum Speyer ziehen? Wir haben eine Schrift, 66 Bücher. Widerlegt mich eins, werfe ich die Handtücher. Schafft aber keiner? Dann zieh ich weiter. Gehe zur Wartburg, wär zum Sprachchirurg. Grab mich durch antike Texte, der Teufel brüllt rum. Vergiss es direkt, ey! Während ich die Bibel noch ins Deutsche übersetze, hagelt es für Satan schwarze Tittenfässer in die Fresse. Thesen Hauptschriften Wartburg, dann wurde es still, 500 Jahre ziehen hin. Mit meinem Bro Franziskus kann ich ziemlich gut chillen, ich mag sein Stil. Beide stehen wir auf dem gleichen Fundament und weisen auf ihn, der am Kreuz hin. Mein Leben war Christus, sterben mein Gewinn. Euer Martin. Luther, 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 Luther. Er hat die Bibel übersetzt, sich Papst und Kaiser widersetzt. Dafür wird er vom Volk geschätzt, mit Gottes Wort in seinem Herz. Luther, man machte dir echt Druck. Mann, doch hättest du geschwiegen, dann sähe die Welt heut anders aus. Luther, wären die 95 Thesen damals nicht gewesen. Wer wird noch Bibel lesen ohne Luther? Wann machte dir echt Druck? Wann, doch hättest du geschwiegen, dann sähe die Welt heut anders aus. Luther. Ohne die 95 Thesen, hättest du die Panschlein nie gegeben. Hier stehe ich und kann nicht anders. Luther. 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 Bis zum nächsten Mal.